Das ist Peter Unbehaun, der hat mit mir eben musiziert, hat seine Wette verloren Und er hat diese unfassbaren, schönen, kalligrafischen Dinge gemacht Also wenn ihr so ein T-Shirt gekauft habt, er hat es gemalt, da hat er geübt Wir haben ihm alle Zettel, als er geübt hat, entrissen und sie gerahmt Und das sind jetzt unsere Altersklassen Die muss er natürlich überreichen Ich hoffe, die sind richtig sortiert Weil wir haben große und kleine und dicke und dünne Oder ist das zufällig? Das ist zufällig, ne? Eine große B Eine große B Okay, die Ältesten kriegen die Größten So machen wir das Klingt nach einer Logik So, wir fangen an Der schnellste Senior, M35, Peter Feine, Lesotho Peter, bist du doch da? Vorne habe ich dich gesehen Jetzt wirst du so einen schönen Bilderraum kriegen Aber dann werden wir ihn dir zuschicken Der schnellste Senior, M40 Dieter Zielinski, BSGH Park Lloyd 35, 36 它 ist Echt das ist Echt konghão Zeit edor see